Ja, sagt sie, äh, sagt Heike, komm mal rein, ne, Christina war gerade da, auch von Berlin her, ne, und dann, äh, sagt er Heike zu ihr, geh mal runter und hol Hartmann mal hoch, ne, und dann hat Christina wohl ganz leise zu ihr, so dass ihr es auch hergekriegt habt, und was soll ich sagen, wer da ist? Habt sie mich nicht mehr als Kanz, ey? Da will ich nicht sein, da wollte ich auch nicht sein, rechte Seite kommt einer durch, Oh, ich hab keine Munition mehr, scheiße Ah, hab's nicht mehr zur Kiste geschafft Oh, ey, das anfängt ein Rekord, ne, ich hab da, den letzten Lauf drauf, also Bauplan-mäßig ist der da schon drauf, ne, und, das ist wirklich nicht mehr, vielleicht wenn du eine Pause-Entfernung geholt hast, und dann, Kein Gegner hast, wo du deine Pünderer-Fähigkeit nutzt, ne, ich hab nämlich nur 60 Schüsse, bin ich alle Oh, Mann, ey, der steht die ganze Zeit ganz links bei, von uns aus gesehen links an den Kisten, der geht nicht durch, der steht einfach nur da hinten durchrum Einer steht rechts unter dem Flügel Ich bin so dumm, ne, ich bin so dumm Ganz hinten rechts, hast du gesagt? Hm Also du, du stehst oben auf der Kiste draus? Von uns aus links Ach, von uns aus links, wer über Container drin ist hier, okay? Ja, es steht da oben auf dem grauen Container neben unserer Treppe Arschkeks, ey Oh, no, ey Okay, warte, ich komm, lass ich da mal hinten Offensichtlich gar nichts, unten ist nur einer rausgegangen Oh, diese Scheiß-Smokerei, ey Das soll, an der Seite kommt einer vor Habe ich, äh, der steht immer noch oben auf dem grauen Ding, ey Echt, der muss ja gerade wieder sein, ich hab's ja eben nicht gesehen Das soll ich So, und ist noch zwei, drei Leute Oh Gott, oh Gott, oh Gott Schlepper hab ich Naja, das ist, äh, Aufklärung Links steht auf jeden Fall noch einer Fuck, der war hinter mir Ja, hab ich immer, ich hab mir den Rücken geschossen Links müsste jetzt zwei sein Ach, rechts unterm Flügel ist auch wieder einer Ey, Mann, ey Äh, ich hab vor Ich muss nicht verarschen sein Ja, jetzt sind direkt vor A rum Jetzt ist er weg Oh, der Typ geht mir so auf den Sack da hinten, ne? Bei denen am gelben Container, von hier aus links Scheiße Äh, ich hab mich auf das Bonsens, Borden irgendwo Feindliches Spionage-Flugzeug über euch in Position Alter Man, nee Oh, was ist denn jetzt schon jetzt in der Runde hier, ey Vorsicht, kennt einer, den langen Gang was Na, ich weiß Der steht die ganze Zeit da Ich hab ihn Sag, wie du rum bist, ich warte hier Hab ihn Nice Spionage-Abwehr-Flugzeug startklar Äh Ey, was für Wie kann man denn so spielen? Der steht die ganze Zeit nur da hinten dran Dann wird er jetzt mit Sicherheit auch die ganze Zeit linke Seite stehen und abcampen, ne? Weiß ich nicht Ich glaube, wie ist das Zielobjekt Aber ich renne jetzt direkt nach rechts Wir nehmen Charlie ein Der kommt auch schon rechts Ja, zwei hin schon rechts Bravo wird gesichert Wir sind vorbeigezogen B ist abgesichert Feind hat Alpha eingenommen B wird gesichert Wie er mir direkt ein Heli drückt Danke, mate Rechts kommt was Über mir kommt was, ja Kommt jetzt Ja, er hat mich gesichert Hm, da steht noch einer da hinten Aufklärung Spionage-Flugzeug im Einsatz Nein Wir haben Augen in der Luft Hier Wir haben Augen in der Luft Gut 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 Missionszeit des Spionage-Flugzeugs zur Hälfte abgelaufen Gut Ganz kreis Kombat Feindliche Artillerie peilt Ziel an An alle Artillerie beschuldet Was ist denn? Fuck, oh ich hab irgendwo zu mir Halt nach, lacht nach, lacht nach Halt nach, lacht nach ganz links kommt einer ja hat mich auch da kam aber noch einer so viel action übere seiten habe ich ewig nicht mehr gesehen na stimmt wohl wie dumm ich bin Wir verlieren Bravo. Was hast du denn gemacht, Alter? Ich schieße es mal ab.